Also müssen wir eine Elimination Tornado-Technik machen, oder? Boah, ich helf dir. Ich glaub, Xtreme war auch Tornado. Ja, geh mal Xtreme Woods. Geh Xtreme Woods. Aber so, wenn einer verliert, kann auch weitermachen. Der andere. Geh Xtreme Woods. Nein, da sind wir immer nicht zusammen drin. Natürlich! Achso, wenn ich jetzt weg bin, dann bist du alleine gegen zwei. Leute, im Westling sterben Menschen. So, nochmal. Das wird ganz schön teuer für die, ne? Wenn die ein Jahr gewasstelt haben. Wir drücken jetzt den Eingang natürlich weg. Wir machen das jetzt. MMO, Wetcat? MMO ist geil. Ja, das ist meine... Wie gesagt, die Wessler sterben. Das ist die Maus. Das ist cool, ja? Also, das wird ziemlich... Das Jahr wird ziemlich teuer. Ja, wir machen dann... Jetzt machen wir aber weg den Vorspann. Ja, den machen wir weg. Das ist geil, das geht. Und dann gehörst du da von Muzzle. Das hätte aber... Ey, jeder guckt hier zu, weißt du? Ja, du hast es vermasselt. Wo ich geklickt habe, hätte ja mal jemand rein. Hallo! Aber nein. Wir waren von deiner Atmosphäre so begeistert, dass wir nicht mehr reagieren konnten. Ach, was warst du denn jetzt? Ich weiß nicht, ich habe einen Naga. Achso. Mark Henry und... Sind das alles Mäuse? Cool. Ich habe einen Galaxy S6 schwarz. Einfach so. Und der Onkel hat... Was ist er? Fünf? Mhm. S5. Ist besser. Weiß. Nee. Natürlich. Playstation 1 ist auch besser als die 4. Ja, richtig. Was? Ja. Mehr Pixel. Nee, es sind viel bessere Spiele drauf. Ja. Natürlich. Sagt, Playstation 1 sind die Spiele noch tausendmal besser als die heutigen Spiele. Ist so. Da konnten die Figuren gerade mal so geradeaus laufen, dann mussten die sich mit den so drehen. Hallo. Da werden jetzt viele, viele Klassik-Fans oder Klassik-Leute, die schon länger zocken, sagen, dass es wirklich so ist. Ich habe bei meiner Schwester damals... Heute kündig kein PS1. Bei meiner Schwester damals... Jetzt habe ich wieder das Scheiß schlagen. Ihr Mann habe ich gezockt, Fighting Force auf der Playstation. Das ist geil. Da konntest du dich durch die Stadt prügeln. Und das was wünsche ich mir. Das kam nie wieder. Auf der 2 nicht. Auf der 3 nicht. Auf der 4 nicht. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Ja, ich zock jetzt. Ja, wir sind beide drinnen. Endlich hat er das mal richtig eingestellt. Ich komme damit... Warte mal. Okay. Was? DBI? Wo ist... Wo ist... Deine Grenze? 5600 wäre es nicht nötig. Ich komme damit... Ach so. Du machst... Ach guck mal, ich habe schon... Aus Versehen... Obwohl ich gar nicht im Game war, habe ich einen ungehauen. Guck mal, ich spreche ein Genick gerade, weil du hast ja gesagt, sterben. Ey, weißt du was geil ist? Wenn wir einen Covern, ist der raus. Da kommt man zu zweit auf den Einprügel, ne? Boah. Ja, wir spielen ihn legendär. Ja, ja und? Ich bin auch legendär. Ich bin... Ich bin... Ich habe den Spartaner-Modus. Ich bin legendär. Voll loser. Was? Was? Gleich hau ich dich. Ich mag gleich Team Match. Friendly Fire, Michael. Ich will aber nicht ein Big Show. Mann, jetzt kämpft gegen den Big Show. Oh, guck mal, der hat den Mark König, der hat mal nicht geklatscht. Ja, jetzt mal lieber gegen Big Show. Nein, wenn mir das nicht passiert. Ich wollte extra die Leistung... Oh, scheiße. Ha, ich habe den fetten rausgeworden. Ich habe mal rausgezüchtet. Erstmal weggeklatscht aus dem Disco Fox. Soll ich hau ihn, ich hole ihn weg. Das kommt, warte mal. Ja, nur X drücken. Nur X drücken. Ja, 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 ja. Und jetzt! Ja, du musst auch X drücken. Jetzt komme ich. Ha, du hast doch gepinnt. Boah. Alter, dieser Drecksack. Ja, der ist legendär. Der zappelt, der kontern dir fast 90% der Moves. Ich nehme mich, ich kämpfe gegen die Schokopraline. Boah, das ist so ein Rassist. Wieso? Das ist doch was Nettes. Die Praline ist lecker und... Nein, lecker. Und was ist da rassistisch jetzt dran? Ich mag keine Praline. Das ist rassistisch. Nee, ich mag Praline. Du bist der weiße Riese. Mit Maske. Das ist auch rassistisch. Das ist auch rassistisch. Ich werde hier verprügelt gegen zwei Stücke und der Onkel... Du wirst verprügelt gegen zwei Stücke. Und der Onkel liegt draußen einfach rum und lässt mir in Ruhe. Das ist an... Du hast doch gute Stücke geholt das, oder? Na toll. Leute, ich mach jetzt gleich mal ne Spezialattacke. Und zwar wenn ich den fetten rausgeworfen hab. Und zwar wenn ich den Ringrichter verschwarten. Fuck! Versuch's. Mein Gott! Oh nein, das ist... Oh scheiße, komm! Ich bin ja... Du kannst hier disqualifiziert werden. Na kratsch, das ist ein Tornado-Tech. Da ist alles erlaubt. Nee, das ist nicht. Du hast doch Ex-Vimuls, oder? Nein, hab ich nicht. Oh scheiße, ich wollte denn eine geben. Einfach nur bei der... Da ist. Ohli. Oh. Oh. Ich werde gerade gebichtshort. Hier... Der wird mit den Gegenden. Jetzt helfen ja. Du sollst mir helfen, mir jetzt dann nehmschlagen. Mann. Ich kümmere mich um die Räne. Zusammenstattes... Und jetzt X? X! Boah, ich hab' den X! Und meiner Schüler schon, der Chef, das gibt's auch gar nicht. also weil diese Fetzen vielleicht das sind die deswegen das ist das mehr Energie kostet aber du warst doch vollen als Sinkara warst du doch so ein Würstchen, der dir mit einem Fingerhaut reden kann also für legendär muss ich sagen ist das gerade echt erholsames Game da ist der unglaublich schlimmer kann ich dich ein Auto runterwerfen? warum sollst du das tun, Mann? warum springst du denn daneben? weil ich glaube du hast mich jetzt wohl gefühlt ja, natürlich, ich greife meinen Teampartner, Leute, so viel vertraut er umgekehrt was hast du gerade versucht? nein, ich bin nur gerannt ja, du bist aus dem Bild wieso finischt er mich? hallo, ich mach den ein bisschen kaputt wieso tritt er mich? was ist jetzt? siehste, der hat schon eingebohrt gescheatet warum hat ihm das jetzt gegen dich gebildet? der Computer scheatet der macht ein Bild rein und haut uns um ey, der kann man nicht tritt hier, ich kann nicht ach so, ich muss X drücken das war knapp, das war knapp, du wärst fast alleine gewesen der drückte der drückte ja, das war wie beim Ringseil, ich dachte, ich muss immer alles drücken warum lässt du dich kammern? was ist mit dir los? du musst kämpfen wie ein Tier ich kämpfe, aber ich sehe nicht, weil du dich vor mir stellt aber ich finde es gut, dass man sie verstellt hat das hat uns das war ich jetzt von der Angst was wir mit den Schatten und Schatten auch mehr in die Schatten und die Ereignisse in der Hand und ja ich hab gesagt ich mache so ein bisschen aus das war noch ein bisschen die Saison in Kloch diese Saison in der Karriere die Erkrankungen vorliegen und sagt dass die alle 10 Sekunden mein Gott ich kann nichts machen wieder werfen hier muss der Mannschaften ich habe die Europäische zu führen ich quatsch nicht ich kämpfe müssen und ist mit seinem Arsch gerammt oder Wanderbeer die Stuttgart ja heute geht es um das Land so etwas hat man ich mache es Schox Bussleee! Bussleee! So, ich muss mich jetzt auch holen. Ja! Oh, ich töt ihn noch nicht, ich mach kurz mal Finisher. Hier kommt Pinniglei. Ja, erstmal muss ich kurz den Schach halten. Und dann muss ich den Kuls umhauen. Mann, der hat mein Finishing kaputt gemacht, die Sau! Hält' mir mal! Kaputt! Wiederhol' mir mal, kaputt, kaputt! 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 Gewitter? Da muss echt Kain kommen, wir müssen Anbetriger halten. Wie peinlich ist das denn? Nein, ich wollte nur, dass du mitmachst. Das muss halt die Spannung steigen. Ich kann den ja außen laufen und dann war's das. Oh, mein anderer Ticker ist total erschöpft, den muss ich erst mal ein Seil hochziehen. So, pass auf, ich drück' jetzt nur X und du machst dann danach. Okay, drück' X und du machst dann danach. Ja, Doppelschock-Slam! Bussleee! Boah! Das war's schon. Eins, zwei, drei. Ist er raus? Mit Klaus er raus! Drück' ich? Wir machen nur noch Double Finishing, dann ist er total gewürgt. Wieso kratzt du mich? Na! Dann können wir nur Schocks, ne? Ne, wir machen das alles anders. Okay, nochmal. Dann war nur ein leichter Move. Der ist ein dicker Vetter, der muss erst mal wählen. Da muss ich auch schon helfen. Kann ich mir nur, warum du ihn hast? Das muss auch entscheiden. Das müssen Culkin. Du bist. 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 schlafen wenn die Mauske die Euro der noch so war die Welt die ist so ich habe heute aber die Welt die überwichtigste durchschnittst mit aber eigentlich hat der Arsch schon echt vor Ort kratzt ihn wie ein Tier wie ein Mann am Rücken so ich weiß nicht, was was das stimmt das stimmt das war nicht so unwichtig das war national die Gelskuhl Ach so, es ist neuerer, ja, ne, Max finde ich cool, der hat ja arg unterbrochen uns anzugucken ich hab ich so ich war da drin naja aber es ist kein Gegner ey das ist ja wirklich nur Waschmaschinen so, komm fass an anfassen und quälen bitte ich hab ihn doch schon ich würde gerne einen Finisher machen aber ebenso soll ich ihn hintragen oder reicht es? Hi Jukot! Boah schön warte lass mal bitte liegen nee warte du kannst du dein Klosling dann machen wir es Bitteschön Boah flying finnig oh so weg hab ich ich komm' weg ich komm' weg ich weiß nicht ob du hinrennen musst oder wie der hin kommt weg ich komm' weg das ist doch du wo du direkt drin bist ja den haben wir voll unter Kontrolle logischerweise und so geht es nachher mir oh der blutet sogar boah wir sind richtig fies ey warte aber wir waren mal beide unser Finisher dann machst du dann machst du den dann mach ich dann meinen Signator dann mach ich dann meinen Signator dann machst du deinen Signator dann mach ich meinen Finisher dann machst du den Finisher okay ich hab'n Signator und dann trinke ich schlappier ich hab'n Signator achso ich nicht Boah 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 hau drauf schnell ja ich hau drauf und drauf und drauf und drauf und drauf und drauf schönes Gerät Boah wieder zappelt Boah wieder zappelt Boah wieder zappelt und jetzt Boah der Mark Henley tut mir echt leid der wird echt gehandelt Boah Shokeslam in einem Arm über den Wolken Boah geladener Finisher noch ein Shokeslam der mit Shokeslam bis er tot ist ihr wisst ja seit heute sterben Wessler beim BBG wo kann er den hoch meinen wo kommt der hoch ha 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 fährst du am Aufladen hm hm oh mein den muss man aufheben ok jetzt kommt Shokeslam zack und jetzt kommt mein Finisher 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 ja ich hebe ihn aber auf ansonsten da dauert ja halbe Stunde bis der wach ist last round meine lieben Freunde und kap Boah darf ich covern wo ist denn perfekt ich leg mich mal auf die Praline gegen Legendär haben dann doch gegen uns spielt doch keine Scheiße soll man mal anrufen ob die vielleicht noch überlegen der machen oder San Boko oder so einladen sie haben uns aber jetzt auch ich muss sagen wir haben uns jetzt auch übermächtige tech-team der flugplatz spitznamen auf ballplatz ruf den ballnamen der flugplatzplatz wie liest du denn ja ist zusammengehängt ach so aber das habe ich falsch vorgelesen hatten nicht mehr viel mit dem arg zu tun ach so ach da oben gut gut das ist alles nicht alles nicht für uns ich wollte grad sagen was hat er denn jetzt für Schmerzen so das letzte Match dann haben wir keine Wunsch-Matches mehr liebe Freunde Wunsch-Matches raushauen Tieter Wahnsinns-Schmatch ne vielleicht haben die ja einen Fußball für uns und dann können wir dann mit dem Westerner Fußball nein die können ja nicht weit laufen ja ja der Last guck mal wie ich den schön an Popo packe Wahnsin Tieter ja 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 wir haben uns schön wiedergemacht die Leute ja wir haben uns schön wiedergemacht die Leute ja 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 wir werden einfach wiedergemacht ja die werden mir immer fehlen ne der andere Digger jetzt wo der ja schon weniger kämpft wo er älter ist was steht da oben FIFA BVB gegen Bayern he 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 ich weiß aber naja das ist für ungefähr nichts Fußball ich hab bis 2015 aber ich hab keine App zu ja du wolltest was sagen gewinnspielen und zwar könnt ihr einen neuen Capio gewinnen den umgekauft ne ich war schneller so und zwar habe ich nämlich so dazu mein Handy ist mir gerade egal äh gewinnspielen und zwar zwei Keys für äh heute survive 2 habe ich noch übrig und die würde ich gerne verlosen an euch und ähm ja was machen wir denn für eine Frage was ich kann das gerade nicht lesen äh der Art mehr zocken kann wollten euch doch mal ja tut mir leid ich komme nicht mehr auf den Zoll äh heute survive 2 zwei Keys zu gewinnen äh und zwar äh was machen wir eine Frage mit wem habe ich heute survive storm warning edition let's play wenn du die Antwort reinhaut dann habt ihr die Chance zu gewinnen wir machen dann machen wir dann los topf oder sowas ich wissen ob es da so sein gibt ich schreibe das dann auf wer ja alles die richtige Antwort rein postet und der gewinnt also wie gesagt zwei Keys heute survive 2 hast du eigentlich nur einen? ich hab zwei ich hab drei eins und du und zwei das wollte ich ja bitten ich krieg auch einen ich hab schon gewonnen oh 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 war das nicht war das nicht äh Maxi Vorschlag good old time Mick Foley gegen Sting false carmega okay aber wenn du weißt was mir grad so auffällt sollen die dir dann nicht müssen die das jetzt hier in den offenen Chat schreiben weil der erste das reinschreibt äh so genau stopp stopp nicht antwort schreiben und zwar schreibe die Antwort am besten auf dein Kanal oder? ne schriebe das am besten auf Waar ich gebe euch mal eine e mail adresse rein dort schreiber bitte den weil wenn der erste nämlich da reinschreibt dann schreiben die einen einfach der doppelte und dann obwohl der das ja eigentlich nein nicht reinschreibt nicht davidение schreibt ich bin ja schlau deswegen habe ich daran gedacht richtig an diese e-mail-adresse oder oder pn youtube ja halt aber nur ein wurde darauf zugreifen schreibt bitte auf die e-mail-adresse schreibt betrefft gewinnspiel und die verlosung gibt es heute abend dann noch nicht die verlosung gibt seit abend am ende also morgen früh um sechs zeit wir werden das gewinnspiel auch öfters mal wir waren das gewinnspiel wir können auch gerne mal leute anladen die mit gruppen dass wir unseren mehr in den topf reinpacken weil wenn das wirklich 11 oder so das ja also da können schon ich überlege gerade wie ich das hier vielleicht einbringen auf dieses einbette durch das einbitte das bild los dass wir heute zwei müssen geiles spiel kann ich noch empfehlen so ein bisschen diablo style zombies töten sowie von walking dead mit dem knüppel knüppel auf zombies hauen knüppel ok das war nämlich damals war nicht mick folie gegen sting sondern cactus check gegen sting cool wir haben ein geiles match ok jetzt kommt das 1 gegen 2 ich habe gewonnen das war glaube ich trübelst wird gibt es das überhaupt gibt es das kommt wenn wir kommen das muss es geben wenn du noch ein bohr von mir ist gerade da wollen tut es gibt nur tag weil du musst abklatschen gibt es nicht anders hier wo kannst du es auch gucken hier die ist los muss halt bei onkel auf die playlist schauen von dem game und dann kannst du herausfinden wer da mitgemacht hat du bist so blöd du bist so blöd ich war ja ein gewinnspiel ich kann doch was anderes anstrengen das macht man bei einem gewinnspiel nur also selber meinen kopf anstrengen könnt ihr auch den onkel fragen wer da mitgespielt hat er hat es euch bestimmt sofort gesagt nein das was ich gesagt habe wusstet ihr doch alle muss ich jetzt noch was drücken ach so wer bin ich denn steve austin und so weiter geil ich nehme mal einen und auf legendär ach so ne da brauche ich darf mir keinen keinen weil ich kann nicht auf legendär stehen weil du beide bist also muss ich so bin ich beide weil wir nur tag machen können wir können keinen dass wir beide zusammen bringen doch das gibt es auch nein geht hier nicht das geht nur warm und das habe ich aber bei mir zu hause gespielt geh mal zurück das habe ich aber schon gemacht hier wollen zu tag und wollen uns immer raus handicapped gibt es ja immer handicapped da oben echt aber achte das habe ich warte mal macht viertel tweet ne das ist was anderes das ist ja gegen den normalen okay handicap ja gut dann ist halt so naja da ist natürlich wieder dann muss ich dann halt dings nehmen muss ich dann halt schade schade ach dann weiß ich da habe ich mit meinem gruppe gespielt auf den wwe 13 glaube ich war das da ging das naja rick flair den alten sack muss ich nehmen so und ähm ja ich werde das gewinnspiel wie gesagt öfters mal den abend noch ansagen weil ich habe jetzt hier keine möglichkeit das irgendwie ach Partnersteuer mach ich nein du musst ja machen wieso dann ist doch der andere äh Computer der wollte dass das so was einer Computer ist wenn du aber nein machst dann wechselst du ab und dann kommt der Computer rein ja ist doch okay und dann muss er wieder abklatschen da spielt der Computer mit mir und wenn ich dann abklatsche aber ihr seid nicht gleichzeitig im Ring ne das ist mir egal da willst du dich dann hinsetzen und angucken ja warum denn nicht also Partnersteuer wie machen wir das jetzt das ist ja irgendwie so passt schon wer ist mein Partner der ist der Rock oh da ist er schon boah nehmen wir den neuen oder die haben beide nur 91 ich bin fertig du brauchst so lang rick flair wenn ich jetzt gerade überleg ist das jetzt trotzdem die Regelung dass ich mich jetzt jemanden aussuchen darf weil ist ja legendär wir haben Computergegen wir sind halt bloß nicht zusammen im Ring ne du hast ja gesagt du sollst rick flair nehmen und nimmst rick flair nein er hat gesagt wenn ich auf legendär und dein äh du die beiden was weiß ich und dann darf wenn ich legendär gegen euch mach dann darf ich mir mein mein Typ auswählen und jetzt weiß ich nicht jetzt machen wir ja auf legendär aber es ist halt mit abklatschen da finde ich nimm rick flair ach komm wir machen es einfach ich nehme jetzt rick flair ja und gut das ok schon langsam Einzug ein so ich geh noch auf die Hütte ja ich unterhalte das Publikum ich geb Tipps fürs Gewinnspiel nein Quatsch meine ich ja da steht was wenn ich merke dass er Tipps fürs Gewinnspiel macht dann habe ich 3 Keys zu verloren Leute ja ne ne das ist ein gutes Spiel zum Wohl ne Schatz Onkel hat es schon gemütlich hier muss ich sagen schon echt cool naja jetzt guckt er erstmal den Einzug das steht ja auch mit dem Wohlstand den Wohlstand den Wohlstand der ist ja gar nicht überhaupt noch beim Wohlstand der ist auch schon ganz arg der ist auch schon ganz arg da steht denn da oben Warum Andertäcker mein Liebling ist? Weil das der beeindruckendste ist, finde ich. Erstmal die Show und der Einzug, wenn der in den Ring kommt, mit dem Feuer, mit dem früher schon, wo der mit dem Paul Berber, mit der Urne da lang gelaufen ist. Das hat mich so fasziniert. Und wahrscheinlich weil meine Schwester so Fan war und das hab einfach abgeguckt. Das war einfach so. Ja und dann habe ich ihn verfolgt. Und Andertäcker ist top. Halkon war auch cool mit dem T-Shirt zerreißen, aber ich war, also was? Mach mal ein Bild von seinem Setup. Interessiert mich. Das ist ja meine Nummer. Was? Der Noxy. Irgendwas soll ich Fotogramm haben von dir. Er möchte ein Bild von dir haben, was er für seinen Nachttisch. Noxy? Ja, nein, wie ist es? Von meinem Setup? Wie? Welches Setup? Fünf Gründe. Hast du fünf Gründe genannt? Ja. Fünf Gründe, warum du Andertäcker magst. War schwarz. Ich habe ich doch gerade gesagt. Fünf Gründe. Nicht geschrieben, aber gesagt. Ja, hast du fünf Gründe genannt? Ja. Er ist geil, er ist cool, er ist super cool und Nee, das ist allgemein super. Da ist Onkel sein kleines Kinderbär. Ach, das seht ihr gar nicht. Schade. Seine Schaukel. Ey, hast schon noch ein Bier? Alter Falter. Liebe Leute, Onkel macht nicht mehr lang. Nee. Wie viel Bier schaffst du? Einen Kasten, oder? Sechs, sieben. Sechs, sieben Kasten? Alter. Nee, Bier noch gar nicht. Kannst du doch bitte die Klappe hinunter zu machen, wenn es so die abreicht. Ich hab da weit gar nicht dran. Aber mach ich gerne. Aber ich war es trotzdem nicht. Ah, da steht was. Setup. Oh, warum machst du das? Setup, Bildschirm, Tastatur, Maus und so weiter. Das ist doch magnetisch. Die Anordnung von seinem Studio. Deine Kinder rufen an. Ich hab Bildschirm. Bildschirm habe ich von Sony, den PlayStation Bildschirm. Das hat 27 Zoll, oder? 24. 24 Zoll. Also 3D-Bildschirm von Sony. Dann hier oben habe ich einen Asus Heng. 24 Zoll. Eine Tastatur habe ich Logitech G-17, oder G-15. Über den bunten Display. Die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, Madcap, äh, Red7. Was machen wir alles? Ein Pad von Logitech? Hey, cool, cool. Hier Versteck, ja. Hier im Schrank. Wie lange machen wir eigentlich heute? Ja, dass wir ins Bett gehen. Ja. Das muss man ins Bett gehen. Ja. Das muss man ins Bett gehen. Wie lange? So lange, dass ihr kämpfen müsst um den, um die Verlosen. Wie anordnen? Und ich hab ein Mikrofon von, äh, das T-Bone. T-Bone Stake. Oh. Äh, SC-450. Okay, bist du soweit? Ric Flair. Gegen. Warte, das musst du schon sagen. Ric Flair musst du... Dann mach ich so. Mittelfinger. Ey, das lässt du nicht machen, ne? Du bist ein Dreckssack. Du bist ein Dreckssack. Du hast uns kurz die Finger gezeigt, du warst dich schon wieder bereit. Ja, genau, bereit war ich, genau. Ja, sicher, ich komm angerannt und du machst einfach gar nichts und du gewinnst. Was? So, komm rein, das ist gleich auf einmal. Ach, jo, du blockst ja jeden Chameleon, oder? Ach, jetzt mal noch bewusstlos, halbe Stunde. Der Onkel, ey, so ein Dreckssack. Du standest schon lange wieder, du hast bloß mal kurz deine Finger schon gezeigt, Junge. Du hast bloß nicht reagiert, weil du wieder irgendwo am Peders rumgespielt hast. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist halt Bier, was bringt. Entschuldigung, ich hab's... Es ist das Bier, was... Es ist das Bier, was... Welche Cam? Was hab ich schon für siehst? Welche Cam? Hm. Ist der Onkel Cam? Warum machst du das? Meinen Spielpartner einfach... ...dissen. Wuhuuu! 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 Tschüss. Wuhuuu! Meine Webcam, da muss ich irgendwo da gerade aufliegen, keine Ahnung wie das Ding ist. T-Bones Take. Wie geht denn das? L1, sorry? Nee, guck mal, achso. Oh, du bist so dumm. Du bist so dumm, weißt du, da drückst du L1. Und was macht der? Also willst du dich wieder ausruhen oder was? Jaja, ich wollte einmal abklatschen, dass ihr da nochmal seht. Ah, geht doch. Ja. Achso, ja, lässt dann mal locker, cool. Ja, wie wär's, wenn du mir hilfst? Rock. Ja, Rock und StoCo, die vertragen sich wieder so. Das ist auch noch legendär. Der hat's vorhin umgeändert auf einfach. Krang. Ein T-Bones Take. Boah, wir haben letztens, kein Witz. Ich würde lange dann rausgehen, weil du hast ausgezählt. Oh, wir haben letztens Rumsteak gegessen. Boah, das war geil, Rumsteak, in Coquetten. Rumsteak gibt für dann jeder Scheiße... 500 Gramm, aber nicht, wenn mein Vater das macht, der hat das richtig gemacht. Bei jedem Scheiß Grill geduldet. Gerd. Und angebraten. Ich werde ein Sender auf Onkel. Oh, das ist nett, dass ich euch so viel wert bin. Ich krieg zwei Senden. Das ist Schüsse. Was ist hier, der macht hier? Onkel, lest mal da oben, ganz wichtig. Guck mal auf. Onkel, musst lesen. Ich krieg das schon nicht besser falsch. Das ist okay. Soll wir danach das Bonus-Match machen mit einem Controller spielen? Das war doch noch gar nicht gefragt. Aber die Idee von mir, solche Challenge kann man auch machen. Ja, dass wir beide an einem Controller spielen, oder sagt mal ja. Und dann sucht euch aus gegen wen. Ich bin der, der im A4-Eck drückt. Und dann noch falsch rum. Wir müssen das noch so rum halten müssen. Ach, yo. Oder wir müssen verkehrt runter. Das war, glaube ich, von Trust Shop waren das solche Aufgaben. Deswegen komme ich jetzt so auf die Idee. Ich esse heute keine Eier und ich werde auch nichts schaffen. Ich werde zocken mit Kontrolle oder Falsch rum. Weißt du, die können da machen. Kann ich eine Autos machen, wenn ich hier stehe? Ich kann fahren. Kannst mich aber greifen, wenn ich so ein bisschen unterhalle bin. Ah, ich kann auch gerne Ringseil runterwerfen. Cool. Du kannst Ringseil runterwerfen. Ja, runterreisen. Weißt du, was ich meine. Guck mal, das geht sogar gar nicht. Ach, weißt du, bist du gescauert? Du kannst doch den Partner halben, wenn er gefilmt wird. Ja, mache ich auch. Da steht was. Oh Gott. Heute waren wir ganz toll von mir. Genau, das wollte ich nicht. Gerade Stellenaufgaben. Ach, Aufgaben. Ja, gerne, Sergeant. Hau alles raus. Hau alles, was du kannst. Alles, was du kannst. Hau auf deine Ausgaben, was? Hau drauf. Oh, du musst... Oh, 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 oh. Legendärer. Die sind übel. Im Foltern. Schön, Waxel. Der Rock. Der Felsbrocken. Der Fels in meiner Brandung. Der Fels in meiner Brandung. Ich will wieder aus der Warnung reinkommen. Ja, ich der Rock. Warum kommst du denn noch raus? Was ist denn da einfach am Morgen? Mann! Ach, schade, ich wollte den einen geben. den Mann. Und ich lauf mich. Ungestellte. Und ich würde mich näher sehr glauben... Das kann ich nicht, das... Und? Ein Match wird ungedrückt in der Runde. Was wird gemacht? Das ein Game ohne Konsole haben. Was ist das meine? Ja das ist doch schön was er da sauber ist. Ich提s das Schmackjunger. Aber einen Fall. Einen was? Ich glaub du hast grad ein Wort gelesen, was geschrieben was denn so? Ich darf ihn nicht mehr rein, ne. Haha Junge. Aua. Der hat mich geschlagen der Unge. Der hat einen Bewusstlosen. Der hat mich obwohl ich noch am Rand steht geschlagen. Bei allen die nicht im Match beteiligt sind sind alle Bewusstlohn. es ist schön fragt man noch kurz in der Welt es ist wohl ja klar so als man die Ecke mit dir wir müssen so gut und zufrieden auch kommen wir die ganze Zeit aus mann er zappelt die Widerstand schönes Ding meine Nervsäge Ich habe meinen Partner geworfen, ich habe ihn nicht wechselt. Nein, der wechselt nicht mehr. Ach komm Warg, jetzt tu mal was für dein Geld. Legendär, der spielt ja noch der Weihnachtsmann besser. Ach komm du Drecksack, das kann man doch nicht blocken. Und das ist bei einer gleich auch total bewusstlos, wenn du das machst. Die E-Zeit hat das 8-9-3 ganz gut. Noxiii. Oder falls du so etwas hast, ein Match mit Gitar-Hero-Gitarren-Schlagzeug oder so. So eine Elimination-Chamber wäre auch ganz geil. Das ist auf jeden Fall auch eine geile Sache. Ja, ich bin Stone Cold und mein Teampartner kein Programm zu machen. Du musst dir gehen, dein Regeln, 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 dein Regeln. So, meine Fresse. Ich muss L1 drücken, dann kommt der. So, ich dachte, der kommt noch rein. Du hast doch gerade einen Eindruck, völlig gut. Ne, wenn ich L1 drücke, kommt der rein. Ja, du musst mal warten, bis er auch mal deinen Move-Champ gemacht hat. Soi, ne, ne, ne. Weiß ich das denn nicht. Ich dachte, dann finde ich ja gemacht. Ja, dann komm, wenn dann das Ende, dann hat der Rock halt gewonnen. Und 43, ja! Er wurde von einem legendären S-Platt gemacht. Aber dich verlieren, hab ich satt gemacht. Doch, ich hab dich ja gestoßen. Das war so ausschlaggebend, dass du bewusstlos warst. Ich war jetzt gerade irgendwie ein bisschen kurios. Aber egal, ich hab verloren. Oh, sie hat verloren, Alter. Kamelbeine, sie hatte Kamelbeine. Hast du schon mal jemanden getroffen, der Kamelbeine hat? Ja. Darf ich deine Beine sehen? Ne, deine. Also, ja, die sind schön, ja. Ich bin Träuch, hab Drommel dabei. Scheiße. Wieso? Weil ich das nicht hätte verlieren dürfen. Wieso? Wie viel Kola hab ich mich? Was machst du? Du hängst an einer Bierflasche. Die ganze Colaflasche. Ich trinke meine Cola immer mit Bier. Ich trinke auch meinen Zucker mit Kaffee. Und das Lustige an der ganzen Sache? Nein. Wir waren heute mit nichts freigetragen. Außer dummes Gelatsch. Ich hab's inhaltbar gemacht. Und das reicht doch irgendwie. Oh, was ist das? Menthol? Alter. Bringst du wie so ein Eis an. Ist es eigentlich? Ist dann die Protein drin? Ja. Ich bin Raucher. Oh mein Gott. Ich hab's inhaliert. Ich hab's inhaliert. Ich nehm das alles mit. Papa. Ihr könnt alles zu Hause haben. Ich nehm das alles mit. Nur für euch. Ich klau den Onkel seinen Vorrat. Ja, das möchte ich jetzt nicht so gut glauben. Für mich muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Aber er hat sein Bestes versucht zu geben. Also. Das ist. Wenn ich jetzt gegen ihn andrehe. Über. Im Turnier. Dann ist noch so ein bisschen. Trotzdem noch konzentriert. Aber wenn er jetzt nebenein sitzt. Und das Ganze. Ich krieg nicht mal einen Pin. Um die Schild auszukommen. Ja. Schlimm ist ja. Das hast du vorhin auch nicht gepackt. Doch. Nein. Vorhin nicht. Aber davor.